Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 166. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich freue mich riesig, heute mit dir zu reden und mit dir gemeinsam in das Thema des Podcasts heute zu tauchen. Mein Name, wenn dies der erste Podcast ist, den du je hörst, ist Marisa. Ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin Autorin und ich bin Medium. Das heißt, ich lebe meine Hellsicht, mein Hellhören, mein Hellwissen und unterstütze seit vielen, vielen Jahren, seit über zehn Jahren Klienten dabei, die nächsten Schritte auf ihrem Lebensweg zu erkennen. Ich unterstütze Studenten dabei, mit ihrer eigenen Intuition glücklich zu werden, die Intuition wirklich kennenzulernen, wirklich zu verstehen und so weit zu kommen, dass sie selber auch aus Medien arbeiten können. Und natürlich unterstütze ich in meinen Online-Kursen auch Menschen dabei, mit ihren eigenen Engeln, mit der geistigen Führung in Kontakt zu gehen. Da gibt es zum Beispiel den Geistführerkurs. Im Kurs im Gespräch mit deinem Geistführer unterstütze ich dich dabei, dein Spirit-Team, dein ganzes geistiges Team wirklich kennenzulernen und zu erkennen, wer denn da eigentlich in deinem Team ist. Und wir wollen auch heute über ein Wesen der geistigen Welt sprechen, nämlich über Erzengel Ariel. Und ich will dir diesen Erzengel mal so ein bisschen näher bringen. Ich habe schon eine Folge gemacht über Erzengel Sandalfon, das ist noch nicht so lange her. Du findest diese Folge in den Shownotes. Und heute wollen wir über Erzengel Ariel sprechen. Und bevor ich jetzt da voll reintauche, will ich einfach kurz klar machen, dass ich Erzengel Ariel immer als weiblichen Erzengel sehe. Und deswegen werde ich von ihr und sie sprechen und nicht von ihm und er. Ich werde aber natürlich trotzdem der Erzengel sagen. Aber einfach, dass du verstehst, warum ich von Ariel in weiblicher Form rede. Ich sehe sie einfach weiblich. Der Name Ariel kommt meinen Recherchen nach aus dem Hebräischen und bedeutet Löwin Gottes oder auch Feuerherd Gottes oder Held Gottes. Und Ariel wird auch manchmal als Engel des Nordens bezeichnet. Und es gibt natürlich auch noch andere Namen für Ariel. Einer davon ist Ariel und einer ist Ariel. Wenn du diese beiden Namen kennst, handelt es sich um Ariel dabei. Ariel wird als Löwin Gottes bezeichnet. Und das ist auch etwas, wie sie sich ganz häufig zeigt. Sie wird ganz oft mit einem Löwen in Zusammenhang gebracht oder zeigt sich mit einem Löwen an ihrer Seite. Ich sehe Ariel fast immer mit einem Löwen an ihrer Seite. Ich sehe Ariel in einem blassen Rosa. Also wenn ich Ariel sehe, sehe ich sie in einem blassen Rosa. Sehr kraftvoll und sie hat immer einen Löwen an ihrer Seite. Und ich finde das ganz interessant, weil ich Tiere normalerweise eher bei den Göttinnen sehe. Also die Göttinnen zeigen sich mir immer mit Tieren an ihrer Seite. Bei den Erzengeln ist es tatsächlich so, dass ich nur bei Erzengel Raziel und bei Erzengel Ariel ein Tier sehe. Bei den anderen Engeln sehe ich keine Tiere an ihrer Seite. In dem Sinne ist Ariel schon in dem Bereich etwas Besonderes, was ich da ihre Löwin an ihrer Seite wahrnehmen kann. Beziehungsweise den Löwen. Ich sehe nämlich, wenn ich das genauer überlege, einen männlichen Löwen an der Seite von Erzengel Ariel, auch wenn ich sie weiblich sehe. Erzengel Ariel ist der Engel der Unschuld und der Reinheit und sie ist die Hüterin von Visionen, Träumen und Prophezeiungen. Das heißt gerade auch mit Menschen, die medial arbeiten und die Prophezeiungen machen. Da ist Ariel eine wunderbare Schutzpatronin zu und es macht Sinn, wenn du Medium bist oder medial arbeitest, dich mit Ariel zu verbinden. Sie ist auch der Engel der Weissagung und ist eine Verbindung zu den höheren Lichtwesen und den höheren Welten. Ich liebe es, mich mit Ariel zu verbinden, wenn ich energetisch arbeite oder auch wenn ich ins Channeling gehe, wenn ich in die Arbeit mit Klienten gehe oder mit meinen Studenten und gerade so bei Frage- und Antwortenrunden, da finde ich, Ariel ist sehr, sehr praktisch an der Seite, weil sie einfach hilft, wirklich gute Botschaften durchkommen zu lassen. Ariel ist der Erzengel, der für die Natur und die Naturwelt zuständig ist und sie ist auch ein Engel der Elemente. Die Luft und das Wasser sind ihr zugeordnet und sie wird auch manchmal Luftengel oder Wasserengel genannt oder zeigt sich auch so. Und auch da, wenn ich Erzengel Ariel betrachte, dann sehe ich sie sehr lichtdurchlässig und ich finde diese Bezeichnung mit Luft oder Wasser, also Luftengel oder Wasserengel passen perfekt für Ariel, denn Ariel hat so diese etwas durchlässige Energie, diese etwas liquide vielleicht fast Energie und diese Wasserenergie passen sehr, sehr gut zu Erzengel Ariel. Sie ist eben der Engel, der die Natur und die Naturwelt beaufsichtigt und Ariel fungiert nicht nur als Bindeglied zu den höheren Welten und den Lichtwesen, sondern sie ist eben auch das Bindeglied zwischen der Menschheit und den Naturwesen, also den Feen, den Gnomen, den Elfen, den Tieren, den Kristallen, Mineralien, Luft und der göttlichen Magie auf der Erde. Wenn du Ariel mit einer Göttin verbinden möchtest, dann würde ich da an Bridget denken, an die keltische Göttin Bridget, die ja auch den Spiegel zur Feenwelt in der Hand hält und da haben Ariel und Bridget eine ähnliche Aufgabe. Wenn du also Lust hast, dich mit den Feen zu verbinden, den Elementalen, der Natur, den Naturwesen, dann ist es super hilfreich, wenn du dich mit Ariel verbindest oder auch gleich mit Ariel und Bridget zusammen. Damit kannst du wunderbar in die Verbindung mit der Natur und den Naturwesen gehen. Ariel ist nicht nur für die Natur zuständig, sondern auch für den Umweltschutz und ich finde es eine ganz interessante Zuständigkeit. Also wenn du das Gefühl hast, du möchtest dich gerne um die Umwelt kümmern, um den Umweltschutz oder auch um den Schutz von Tieren und um die Heilung von Tieren. Da ist Ariel super hilfreich und sehr zuständig. Wenn wir vom Schutz der Tiere sprechen, dann geht es natürlich auch um die Heilung der Tiere und Ariel ist ein Engel, mit dem du arbeiten kannst, wenn du ein krankes Tier zu Hause hast. Also wenn dein Pferd krank ist oder deine Katze, dann wäre Ariel der Engel, den ich rufen würde. Und interessanterweise höre ich da aus der geistigen Welt, dass du dann gleichzeitig auch noch Raphael mit anrufen kannst. Raphael ist für mich der Engel der Heilung. Also wenn es um Heilung geht, dann ist immer Raphael zuständig. Wenn es aber um die Tiere geht, dann darfst du eben Raphael und Ariel gemeinsam um Hilfe bitten und dann beobachten, wie die Hand in Hand arbeiten. Und das ist für mich eine wunderbare Kombination, Raphael und Ariel in der Heilung, denn damit passiert wirklich viel sehr kraftvolle Heilung. Ariel ist ein Engel, der eben gerade bei Wildtieren, Fischen und Vögel sehr gut hilft bei der Heilung, aber ich empfinde sie eigentlich überall sehr, sehr heilsam. Ariel ist super unterstützend, wenn du in einer Notsituation bist oder auch wenn du das Gefühl hast, dass du gerade eine schwere Prüfung hast. Also wenn du jemanden verloren hast, wenn du gekündigt wurdest, wenn du eine schwierige Situation mit der Familie oder Freunden hast, wenn du einfach das Gefühl hast, ich bin in einer Notsituation, dann rufe mal Ariel an deine Seite. Ariel ist da und unterstützt dich dann. Ich empfinde sie als so heilsam. Ariel hat etwas so Heilsames für das Herz. Sie ist eine wunderbare Engelin, ein wunderbarer Erzengel für die Herzheilung. Und ich habe es vorhin schon gesagt, bei allen Arten von Umweltangelegenheiten ist Ariel der Engel, der zuständig ist. Wenn du Projekte hast, die mit der Natur in Verbindung gehen, wenn du Jahreszeitenfeste feiern möchtest, wenn du vielleicht eine Gruppe hast, die sich im Wald trifft, wenn du einen Waldkindergarten hast oder eine Waldspielgruppe, dann ist Ariel der Engel, mit dem du dich verbinden solltest, denn sie ist einfach die Engelin der Natur und sie ist zuständig für alle möglichen Angelegenheiten, die mit der Natur verbunden sind. Das können natürlich auch Probleme sein, also gerade wenn du das Gefühl hast, oh der Fluss ist irgendwie belastet, dann wäre Ariel der Engel, der da helfen kann. Und es geht bei ihr bei der Heilung eben um die Herzen der Menschen und um die Herzen der Natur und der Tiere. Also wenn du dich mit Tierschutz in Verbindung bringst, wenn du dich mit Naturschutz in Verbindung bringst, all das sind Steckenpferde von Ariel und sie ist super, super gerne mit dabei und unterstützt dich. Und gerade auch wenn du jetzt mit Themen arbeitest, wo es um die Reinigung der Erde geht, da ist Ariel extrem hilfreich. Also denke dann daran, Ariel wirklich anzurufen und zu rufen und zu sagen, hey, kannst du uns helfen, wir wollen hier die Erdheilung machen. Erdheilung oder auch Erdakupunktur ist etwas, was ich schon öfters angesprochen habe im Podcast, wo es darum geht, die Erde dabei zu unterstützen, in eine Heilung zu kommen. Und das ist eine Energie, mit der Ariel eng verbunden ist. Wenn du geomantisch arbeiten möchtest oder eben Orte kennst, wo du die Erde in die Heilung bringen kannst, dann hol dir Ariel an deine Seite und lass dich unterstützen von Ariel. Ariel ist für alle Arten von Tieren und der Natur, Gewässern, dem Wind zuständig. Aber natürlich hat sie auch noch andere Zuständigkeiten. Denn Ariel hilft auch bei der Manifestation von Ressourcen. Also wenn du Hilfe brauchst bei der Manifestation, dann ist Ariel dein Engel. Sie hat so ein bisschen ihren Fokus darauf, dass sie dir hilft, das zu erkennen, was zu der Erde der dritten Dimension gehört und das zu erkennen, was zu der Erde der fünften Dimension gehört. Und weil sie eben so zuständig ist für diese Heilung der Herzen, möchte sie dich auch mit deinem inneren göttlichen Licht verbinden. Sie möchte dir helfen, dass du dich als Wesen wirklich authentisch ausrichten kannst, dass du wirklich ein sehr echtes, authentisches Wesen wirst und dass du in deiner Präsentation, in dem, was du zeigst im Außen, dass du wirklich dich so zeigen kannst, wie du wirklich bist, dass du dich so zeigen kannst, wie du von deinem Herz her bist, dass du wirklich dein Licht leuchten lässt, dass du wirklich den Mut auch hast, dich genauso zu zeigen, wie du bist. Wir reden hier natürlich auch von Mut. Ariel unterstützt dich sehr in deinem Mut. Ich werde ganz oft gefragt, wie man denn manifestiert und wie man das richtig machen muss und was man denn eigentlich machen muss, um das zu manifestieren, was man erleben möchte in seinem Leben. Und natürlich kann ich dir erklären, wie du manifestierst oder wie du visionierst, wie man das macht, das kann ich dir erklären. Aber eines der wichtigsten Dinge, wenn du erfolgreich manifestieren möchtest, ist, dass du Mut hast, dass du mutig bist, dass du den Mut hast, in deinem Leben sowas zu verändern, dass du eben das manifestieren kannst, was du gerne neu erleben möchtest. Stellen wir uns vor, du möchtest eine Reise machen. Naja, dann brauchst du erstmal den Mut, diese Reise überhaupt anzugehen. Vielleicht musst du etwas kaufen dafür, dass du reisen kannst. Stellen wir uns vor, du möchtest eine längere Reise machen in einem Van. Dann ist der erste Schritt, ist, dass du ein Van kaufst. Und das braucht ganz schön viel Mut. Also den Mut zu haben, ein Van zu kaufen, das ist der Mut, der Ariel dir zur Verfügung stellen kann. Aber erst, wenn du den Mut hattest, einen Van zu kaufen, kannst du auch tatsächlich anfangen zu manifestieren, wohin die Reise denn gehen soll. Du kannst davon träumen, dass du eine Reise machst nach Portugal oder Corsica, egal wohin. Aber solange du nicht anfängst, das wirklich umzusetzen, solange du nicht den Mut hast, wirklich zu manifestieren, wirst du diese Reise nie tun. Dann träumst du sie nur. Und Ariel ist der Engel, der dir hilft, den Mut zu haben, dass du das auch umsetzen kannst. Und das Interessante ist, dass sie dir nicht nur den Mut gibt, dass du es umsetzen kannst und manifestieren kannst, sondern sie befreit dich eben auch von Zweifeln. Wenn du also mit der geistigen Welt verbunden bist oder gerne verbunden wärst und immer wieder daran zweifelst, ob du es wirklich bist und ob das wirklich Sinn macht und ob das wirklich hilfreich ist, dann verbinde dich mit Ariel. Arbeite mal für eine Weile wirklich mit Ariel zusammen. Gehe mal wirklich in dieser Verbindung zu Erzengel Ariel. Denn sie hilft dir, dass du vertraust und dass deine Zweifel nicht mehr da sind, dass du wirklich ins Vertrauen gehen kannst, dass du unterstützt bist. Ich finde es so wunderschön. Ich finde es großartig, wie schön Ariel sich da zeigt. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Ich sehe sie immer in einem hellen Rosa und ich sehe immer den Löwen an ihrer Seite. Wenn du einen Kristall suchst, mit dem du dich verbinden kannst mit Ariel, dann wäre das der Rosenquartz, was, wenn du dir das überlegst, natürlich ganz gut passt. Ariel ist verbunden mit unserem Wurzelchakra und mit unserem Stirnchakra. Also auf der einen Seite mit der Erdung und der Verbindung nach unten, mit der Verbindung zur Natur natürlich auch. Auf der anderen Seite mit dem Stirnchakra und auch der Manifestationsfähigkeit. Der Fähigkeit, in die Manifestation zu gehen und in die Verbindung zu gehen. Vom Sternzeichen her ist Ariel interessanterweise mit Stier, Jungfrau und Steinbock verbunden, also mit dem Erdzeichen. Und interessant daran ist, dass sie natürlich auch da wieder mit der Natur, mit der Erde verbunden ist und lustigerweise nicht mit dem Löwen, obwohl sie sich mit dem Löwen zeigt. Aber auch wenn du jetzt Löwe bist, kannst du dich natürlich mit Ariel verbinden. Und wenn wir schon vom Thema Verbindung sprechen, ich rufe Ariel in der Natur. Also wenn ich mich mit Ariel verbinden möchte, wenn ich das Bedürfnis habe, mich mit ihrer Energie zu vereinen, wenn ich das Bedürfnis habe, ihre Energie näher zu fühlen, dann gehe ich nach draußen. Denn Ariel ist ein so naturverbundener Erzengel, dass ihre Verbindung draußen einfach sehr viel harmonischer ist, als wenn du irgendwo im siebten Stock eines Mehrfamilienhauses bist. Dann ist die Verbindung nicht so stark. Also wenn du sagst, hey Ariel ist der Engel, mit dem ich mich verbinden will, dann geh nach draußen, geh in die Natur. Gehe dahin, wo es fließt. Wenn du kannst, gehe an ein Gewässer, an einen Fluss, an einen Bach. Das muss gar nichts Großes sein. Aber da Ariel sehr stark mit Wind und Wasser verbunden ist, sind das auch die Elemente, die ich suche, um mich mit Ariel verbinden zu können. Ariel ist der Engel der natürlichen Welt und deswegen wird es für dich einfacher sein, draußen mit ihr zu kommunizieren in der natürlichen Welt. Und Ariel ist ja ebenfalls neben Raphael ein Erzengel des Heilens und was sie tut, ist sie heilt die Tiere, die Tierwelt, die Natur, die Erde und die Herzen. Und auch da fühle ich immer das draußen sein als unbeschreibliche Stärke, als unbeschreibliche Kraft. Also wenn du ein krankes Tier hast, dann raus mit dem Tier und vielleicht in den Garten. Es muss ja nichts Großes sein. Aber so, dass du eben die Energie von Ariel stärker fühlen kannst, stärker wahrnehmen kannst. Und gerade wenn du in der Nähe von einem Gewässer bist, wirst du Ariel noch viel, viel stärker wahrnehmen können. Und das ist es auch, was ich dir wirklich empfehle. Und für mich ist es auch, wenn du jetzt in eine Meditation gehen möchtest mit Ariel, würde ich wiederum sagen, geh raus, geh in die Natur, geh an einen ruhigen Ort, wo du ungestört bist. Irgendwo, wo du vielleicht einen Bach rauschen hörst oder Vögel zwitschern, Grillenzirpen hörst. Irgendwo, wo du den Wind hörst. Setze dich dahin, wo du die Natur wirklich hören kannst. Ob du die Augen offen oder geschlossen hast in der Verbindung mit Ariel ist gar nicht so wichtig. Ich bekomme beides als total hilfreich. Aber wichtig ist es, dass es draußen ist. Also nimm dir wirklich diese Zeit und geh raus, geh in die Natur. Und während ich dir das erzähle, sitze ich in einem Nationalpark. Und es ist wunderschön hier und ich sehe tatsächlich nur Grün und Wald, wenn ich rausschaue. Und ich bin gestern durch diesen Nationalpark spaziert, ganz gemütlich und konnte Ariel so gut wahrnehmen. Ich wusste schon, dass ich diese Podcast-Folge aufnehmen will und habe einfach zu ihr gesagt, komm, ich gehe laufen, komm mit. Was soll ich denn erzählen? Und diese Verbindung, dieser Spaziergang mit Ariel, den ich da gemacht habe, war ein unbeschreiblich schöner, hilfreicher und sehr entspannter Spaziergang. Also du kannst eben Ariel wirklich, wirklich wahrnehmen, wenn du in der Natur bist. Wenn du ein Mensch bist, der sehr tierlieb ist, wenn du ein Mensch bist, der sehr eng verbunden mit dem Tierwesen ist oder wenn du ein Mensch bist, der sehr eng mit der Natur verbunden ist und mit der Naturwesen, wenn du für dich fühlst, dass diese Verbindung zur Natur das ist, was dich stärkt, dann ist Ariel der perfekte Engel, der ideale Engel, um in dieser Verbindung zu gehen. Ariel ist die Unterstützung, die du hast und brauchst, um mutig zu sein. Sie ist der Engel, der dir hilft beim Manifestieren und sie hilft dir eben, den Mut zu haben, richtig zu manifestieren. Sie befreit dich von Zweifeln und unterstützt dich in deinem Vertrauen. Ariel ist in Notsituationen immer für dich da und da ist es auch ganz egal, wo du gerade bist und wie es gerade geht. Wenn du Not hast, dann ruf sie an, sie ist da und unterstützt dich. Und Ariel ist auch der Engel der Heilung der Tiere und der Herzen. Für mich ist die Verbindung mit Ariel eine sehr kraftvolle Verbindung. Ich empfinde die Gespräche mit ihr als Gespräche auf Augenhöhe. Es ist wie sprechen mit einer Freundin, mit Ariel zu sprechen. Es ist ein ganz normales, sehr entspanntes Gespräch, das mir gut tut und bei dem ich sehr, sehr viel profitieren kann, bei dem ich fühlen kann, wie sehr es in die Tiefe geht und was ich da alles lernen kann. Und da sie so liebevoll ist, unterstützt sie eben auch dabei, dass du mehr lernen kannst. Also sie unterstützt dich dabei, wirklich zu lernen, wie es weitergeht, was deine nächsten Schritte sind und wohin diese Schritte gehen. Verbinde dich mit Ariel und nimm dir die Zeit, diesen wunderbaren Engel kennenzulernen. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Freude dabei und ich freue mich darüber zu lesen, wie es dir geht in dieser Verbindung mit Ariel. Was du daraus lernen kannst und was du an Erkenntnissen gewinnst, indem du dich mit Ariel verbindest. Was es denn genau ist, was dich fasziniert von Ariel und wo du vielleicht auch irgendwo profitieren konntest. Schreib es mir unbedingt in die Kommentare und lass es mich wissen. Und damit verabschiede ich mich für heute mit dem Siedenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!